Hey, Link, hallo! Du kannst von da unten mit mir reden, wenn du mich mit Z ansiehst und gleichzeitig A drückst. Z, A. Ja, genau, so macht man das. Jetzt verstehe ich dich auch gleich viel besser. Du solltest den Gören auch mal erklären, dass man mit Z gedrückt hält und gleichzeitig A drückt, wenn man mit Leuten weiter weg spricht. Ja, das werde ich demnächst auch meinen Freunden im RL erzählen, dass sie einfach Z drücken sollen. Und dann A. Übrigens, Link, du könntest auch einfach den E voll verwenden, um hier hochzuklettern. Aha, Mensch. Also wer noch keine anderen Zelda-Spieler gespielt hat, für den wäre das bestimmt ein nützlicher Tipp, aber ich kenne das ja schon. Siehst du, schon bist du da. Hallo? Äh, hat sich's gerade aufgehangen. Äh? Äh. Übrigens, ist das da drüben nicht die Katze von Zaira aus dem Laden? Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Haus und starrt auf den Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht? Haha, aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Ja, natürlich, ne Katze, die angelt. Na egal. Na egal. Äh. Ja. Ich sag gerade, na egal, und ich sag der das auch. Genial. Eigentlich wollte ich dir sowieso etwas ganz anderes sagen. Das hat ja gerade gefasst. Schau dir mal das Gras da drüben auf dem Felsen an. Das kannst du rauchen. Äh. Ist das nicht die Sorte, auf der du immer flötest? Ich hab mir gedacht, das interessiert dich. Vielleicht ist es schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Du schaffst doch sicher mit Hilfe von Control-Stick nach oben hinüber zu springen, oder? Für dich doch kein Problem. Äh. Ach, Link. Nein. Nein. Du sitzt hoch. Was macht er denn? Nein. Das gibt's nicht. Was mach ich denn? Du, 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 du. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh. Richte den Zeiger auf den Bildschirm. Okay. Ah, ich kann mich umsehen. Moment, wo will ich denn gerne hin? Echt, du, ich mag dich nicht. Ne, ähm. Ich könnte zum Beispiel fliegen nach... Ach, guck mal, da oben. Mach put. Ups. Toll, dass der Sound aus der V-Ferminion kommt. Ich hoffe, das ist nicht zu übertrieben für euch, weil die ziemlich laut ist. Ähm. Ich hoffe, das übersteuert nicht vor allem. Naja, schauen wir mal. So. Hier ist ja ganz viel drin. Ähm. Ich kann aber nach oben, das ist gut. Hm. Efeu, dass wie eine Leiter wächst. Interessant. Ich eigentlich auch... Ne, ich kann nicht wie eine andere Zelda in Skyward... In Skyward Sword kann man, glaube ich, auch hochspringen. Aber hier geht das nicht. So. La, 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 der Zeiger. Ach ja. Ist irgendwie... Irgendwie stört er mich ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Ah, Hilfe. Ich hab Höhenangst. Ach, ich war doch noch drauf. Ach, Mann. Ach, wie fies. Wie fies, ey. Fällt er einfach runter. Link, ey. Was macht er denn nur? Krabbel doch mal schneller. La, 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 la. Das Krabbeln ist so toll. Jetzt mach doch mal ein bisschen hin. La, 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 la. So, jetzt bitte mal nicht runterfallen. Das wär ganz toll. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. So. Okay, und jetzt zurück. Und das war der blaue Rubin. Und hier finden wir einen gelben Rubin. Ein gelber Rubin? Der ist 10 Rubine wert. Yeah. So, das heißt, wir haben schon 23 Rubine. Und wir können ja mal ein bisschen runter. So. Was mach ich denn hier mit? Keine Ahnung. Ach, hier sind auch nochmal Rubine versteckt. Ach, cool. Hier komm ich nicht hoch. Okay, aus irgendeinem Grund geht das nicht. Komisch. Na, egal. So, dann schauen wir mal. Hier sind keine Kürbisse gewachsen, leider. So, aber dafür ist hier eine Katze. Und hier irgendwo war auch noch der Korb, ne? Der müsste ja auch irgendwo hier sein. Theoretisch. Ich muss da nochmal hoch. Ich habe nämlich das Gefühl, dass man irgendwie den Korb auch noch kriegt. Mit der Eule. Ich meine, das so im Gedächtnis zu haben. Ich muss erst mal wissen, dass hier wieder... Wie komm ich jetzt wieder hoch? Wo ist das denn? Hier sind wieder Kürbisse. Ach, cool. Ups. Aufheben. Werfen. Nein. Werfen. Rubine. Rubine. Natürlich. Es sind in Kürbissen Rubine drin. Und du sollst nicht rollen, sondern werfen. Link. So. Genau so. Ups. Rubin. Rubin. Jetzt fehlt noch ein einziger Rubin. Für... Ja. Na, ihr wisst schon, für was. Für unsere Schleider. So. Nein, nein. Hoch. Hoch. Link. Hoch. Ein hoch auf Link. Nee, ähm. So. Pflücken. Und flöten. Auf unserem schönen Gras. So. Ja, kann man das nicht überspringen? Nee, das geht nicht. Okay. Lalalalala. Oh. Hallöchen. So. Moment. Da hinten ist... Nee, da kann ich gar nicht hin. Ach, verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich da jetzt hinfliegen, aber... Ich gucke mal kurz. Blick doch mal hin und... Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Moment. Ich muss hier rüber. Moment. Moment. Und hier rüber. Und hier rüber. Und... Das irritiert mich, dieser... Dieser Zeiger da. Na, egal. Flöten. Das hat die Wii-Version. So an sich leider. So, ähm. Ja, toll. Und jetzt... Komm zu mir. Du Vogel. So, mal sehen. Was haben wir denn da? Hinten. Moment. Da ist doch was. Was ist denn da? Oh Gott. Jetzt hier genau zielen. Millimeter genau. Ich hoffe, er trifft. Oh. Ein Korb. Aber ohne Baby. Immerhin. Doch ein bisschen verantwortungsbewusster die Mutter, als wir gedacht haben. Mensch. So. Das kommt ja aus der... Wie viel mit dem denn der ganze Sound hier? Das ist ja auch genial. Ich weiß gar nicht, wie das Mikrofon das aufnimmt. Dürfte auch unterschiedlich laut sein, weil ich manchmal unterschiedlich weit weg davon bin. Wo ist denn jetzt die Mutter? Die war doch hier irgendwo. Da war noch ein Rubin drin. Cool. Wo ist die Mutter? Bist du das nicht? Ach, guck mal. Hier. Oh, Link. Da ist ja der Korb. Ja, ich hab... Ich bring dir einen Korb. Hast du ihn extra für mich gesucht? Danke. Vielen Dank. Ah ja, bevor ich's vergesse. Ich habe da etwas, das ich dir geben wollte. Kommst du kurz mit mir? Den Weidenkorb könntest du auch mitbringen, wenn es dir nichts ausmacht. Na klar. Ich kann hier auf den... Gucken. Naja. So. Ja, das... Jetzt lauf mir in atemberaubendem Tempo. Link, was machst du da? Hey, Link. Was machst du denn mit den Frauen, eh? Die ist doch Mutter... Also echt. Keine Manieren, dieser Typ. Ach, guck mal, jetzt ist er auf einmal schneller. Vielen, vielen Dank, Link. Ach ja, das war... Da war doch noch etwas, das ich dir geben wollte. Also gut. Hier, für dich. Du erhältst die Angel. Eine einfache Angel, die du verwenden kannst, um... Fische zu fangen, zum Beispiel. Öffne mit Minus den Itembildschirm und lege sie mit. Lege sie auf B. Verwende bla 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 bla. Okay. So. Toll, dass ich jetzt bla 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 gesagt habe und jetzt natürlich die Steuerung nicht mitgekriegt habe. Das war sehr schlau. Wartet mal kurz. Also, ich kann angeln, indem ich... Moment. Äh. Was? Ach so. Zeige auf das Item. Okay. Hops. Hä? Äh, dass du... Ach so. Mit B kann ich's... Okay. Zurück und jetzt... So. Ja, das geht's schon mal nicht. Ach so. Ah. Ah, okay. Und wie kann ich sie jetzt reinholen? Hallo? Das funktioniert ja wunderbar. Ah, jetzt. Okay. Ah, verstehe, verstehe. So, jetzt müsst ihr bloß noch einen Fisch anbeißen. Ich glaube, hier ist die Chance recht gering, weil das Wasser zu seicht ist. Ich weiß es nicht. Ja, da ist irgendwie... Beißt da gerade nichts an. Was haben wir denn noch? Hier hinten? Ne. Ah, zurück. Okay. Kann ich jetzt wegstecken? Jetzt laufe ich die ganze Zeit mit der Angel rum. Das will ich ja gar nicht. Ach man. Angel ist zwar toll, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit mit der Angel rumlaufen. Bäh. Was? So geht's... So kann ich sie auch wegstecken. Okay. Hier ist ein Fisch. Okay, Moment. Wo ein Fisch ist, sind doch bestimmt auch mehrere Rasenfische. Okay. Also. Ach, ich muss die einfach halten, die Wifermedienung. Okay, verstehe, verstehe. Und jetzt? Hat irgendwie gerade wer angebissen, aber das funktioniert nicht so ganz. Ich muss mal gucken, wie kann ich denn jetzt die einholen langsam. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Ich muss erst mal mit der Steuerung hier klarkommen. Also das mit dem Auswerfen habe ich schon mal hinbekommen. Und jetzt? Hat ein Fisch angebissen. Moment. Gleich. Ja, wenn ich jetzt nur einen an der Angel hätte, das wäre toll. Ich muss das jetzt einfach einholen, ganz schnell, oder wie? Ah. Ja. Jetzt. Ah. Eine grünen Kieme. 27 cm. Ein beliebter Fisch, den man überall finden kann. Drücke plus, um deinen Fang auf dem Ausrüstungsbildschirm zu begutachten. Mit A kannst du... Erlässt du deinen Fisch frei. Oh, mein Herz. Hey, du. Äh. Drücke plus. Wo ist denn plus? Da ist plus. Äh. Wo ist der Fisch? Hä? Wo ist der Fisch? Ich habe den doch gerade gefangen. Bin ich denn... Ach, hat die Katze den jetzt? Nee. Ich wollte der Katze jetzt den Fisch geben. Soll ich das... Wie ein Rätsel hier. Ich habe doch gerade einen Fisch gefangen. Ja, toll. Der Schwimmer ist jetzt natürlich am besten Ende. Aber da beißen tatsächlich Fische an. Moment. Muss ich jetzt die Wiferminierung schütteln? Ah, okay. Ja, ja. Eine 9. Alter. 29 cm. Rekord in deinem Fangbuch. Ah, jetzt hat die Katze den Fisch. Wunderbar. Genau das wollte ich eigentlich. So. Katze. Kat-Scene. Hä? Eine Kat-Scene. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Eine Kat-Scene. Ja, ja. Toll, dass der Sound aus der Wiferminierung kommt. Das hört sich bestimmt nachher scheiße an. Aber was willst du machen? So. Kann ich nichts für. So, jetzt, äh, wo ist denn, wie kann ich denn jetzt die Angel? Ne, ich möchte die gerne, äh, wegstecken. Vielleicht. Ich, äh, Rubin. Natürlich im Wasser. Ne. Okay, ich kann die gar nicht wegstecken. Wieso kann ich die nicht? Hä? Das geht nicht. Moment. Minus. Angel. Ach. Mann. So, wo ist denn der Laden jetzt hier? Hallo, was, was möchtest du denn? Das habe ich gesehen, Link. Super. Unglaublich. Ich mühe mit, mich mit Steinen ab und du es einfach einen Falken. Ich wollte das Nest dort, das Nest doch runterholen. Aber jetzt bist du mir wohl zuvor gekommen. Ach, das ist ja toll. So. Die Tür ist abgeschlossen. Toll. Wo ist denn jetzt der Laden? Hier vielleicht. Ist das der Laden? Ich weiß es gerade gar nicht. Zairas Laden. Ah. Sieh an, Link. Willkommen. Das muss ich dir erzählen. Du wirst es nicht für möglich halten. Mein Kater ist einfach unglaublich. Der Gute. Heute hat er selbst ein... Heute hat er selbst einen Fisch gefangen. Und hierher mitgebracht. Ähm, ja, hat er. Auf jeden Fall. Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Ob mein Kater wohl ein Genie ist? Hm, ja, na klar, natürlich. Sieh ihn dir nur an. Ist er nicht süß, wie er so friedlich seine Milch trinkt? Das stimmt, er ist tatsächlich süß. Du solltest auch ein Stück probieren. Und weil ich heute so glückgibchen, geht diese Runde sogar aufs Haus. Du erhältst deine Flasche Milch. Aber die Flasche ist nur zur Hälfte voll. Na immerhin. Wenigstens ist sie nicht zur Hälfte leer. Hahaha. Lege sie auf B und trink sie, um drei Herzen wieder aufzufüllen. Ist die Flasche leer, kannst du sie mit Hilfe von B wieder auf... wieder füllen. Yeah. Und jetzt? Aber nein. Die leere Flasche musst du nicht zurückgeben. Verwende sie ruhig, um etwas anderes hineinzutun. Ich glaube nicht, dass du so etwas machst. Aber die jungen Leute heutzutage werfen ja immer gleich alles weg. Immer alles gleich weg. Also, was kann ich für dich tun? Was kann ich dir verkaufen? Wenn du willst, schau dich mit Hilfe von Dings um. Ja, okay. So, eine Schleuder, Bienenlarven, Milch. Wir wollen eine Schleuder gleich mit 50 Kugeln. Die Schleuder kostet 30 Euro Biene. Natürlich. Dass du ausgerechnet eine Schleuder kaufst. Achso. Dass du ausgerechnet eine Schleuder kaufst. Haben dich die etwa... Wach. Haben dich etwa die Kinder dazu überredet? Ach ja, bevor ich es vergesse. Wenn dir die Kugeln ausgehen, kannst du auch Kürbisgern als Munition verwenden. Du erhältst die Schleuder. Kinder lieben dieses Item. Schleuder macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ne. Ach, keine Ahnung. Passt gerade nicht der Spruch. Öffne mit Hilfe von Minus den Itembildschirm und lege sie auf B. Bewege den Zeiger mit Hilfe von der V-Verbindung zum Zielen und schieße mit B. Verwende bis zu 50 Kugeln oder Kürbiskerne als Munition. Ich möchte nichts mehr kaufen. Komm. Komm halt wieder vorbei. Okay. So. Ja. Dann gehe ich doch mal. Die Kinder mögen doch schleudern. Äh. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde, weil ich schon die ganze Zeit hier... Ich zocke ja schon die ganze Zeit seit 4 Stunden oder so. Schon Super Mario Galaxy. Jetzt bin ich noch... Jetzt noch bei Zelda. Jetzt bin ich schon ein bisschen fertig. Aber ich hoffe, das merkt man nicht allzu sehr. Ich laufe natürlich genau falsch. Das war klar. Ich muss nämlich eigentlich hier hin. Einfach immer der Fee nach. Also. Der Fee nach. Also der... Die will mich veräppeln. Der Fee nach. Nein. Also ich muss einfach nur hier lang? Was hier? Ja, ich glaube hier muss ich lang. Okay. Moment. So. Da warten doch schon die Kinder auf mich. Oder nicht? Oh. Link. Genau richtig. Ich bin fertig mit der Arbeit und habe es in dein Zimmer gebracht. Ah. Und du hast die Angel abgeholt. Da wird sich Colin aber freuen. Blablabla. Also dann bis später. Ich würde das eigentlich alles vorlesen. Verdammt. Egal. Drück das mal intuitiv schon weg. Bin ich schon von Super Mario Galaxy gewohnt, weil er es so nervig da war. Gut. Ach guck mal. Hallo. Hallo. Ah. Du hast hier eine Schleuder. Super Link. Du hast sie also gekauft. Hm. Ja. Äh. Äh. Ziel schießen? Ach nö. Ich würde doch nicht meine teuren Kerne verschießen. Alles vorbereitet. Also. An den Zielscheiben und den Vorgescheichen kannst du zeigen, wie toll die Schleuder funktioniert. So ein Kinder... Ähm. So ein Kinderkram. Es sind eben noch kleine Jungs, Link. Mach ihnen einfach die Freude. Was sind kleine Jungs? Das muss ja noch... Verdammt. Das war dann die falsche Stimme. Egal. Zunächst zielst du indem du... Ja blablabla blablabla dichs bewegst. Okay. Ähm. Achso. Ich sollte vielleicht auch zuerst die... Item wechseln. Achso. Ach cool. Äh. Schleuder. Ich möchte erstmal hier B... Festlegen die... Achso. Ne. Das muss so klingen. Das klang gerade irgendwie so komisch. Äh. Hüps. Zurück. Ich glaube das muss so klingen. Die Fernbedienung. Na gut. Ähm. So B. Waaaaa. Achso. Achso schießt er also. Wahnsinn. Getroffen. Getroffen. Hinter Gebrauchsanweisung steht du... Gebrauchsanweisung. Okay. Ich kann nicht umsehen. Na also. So. Äh. Wo soll ich noch? Ach die vorgescheuchen. Achso. Ich will mal mit A schießen. Na verdammt. Äh. Äh. Achso umsehen. Moment. Das will man immer mit A schießen. Das war ganz falsch. Moment. So. Wo muss ich noch? Ach da oben ist noch ein Ziel. Moment. Ach da sind noch zwei. Hups. Hups. Wow. Super Link. Ziel in der Nähe kannst du übrigens auch mithilfe von Z anvisieren. Dann triffst du immer ein Schwarzer. Ah. Ist ja einfach. Nee. Das ist doch für einen echten Helden geht das doch nicht. Ne? Du bist wirklich fantastisch, Link. Übrigens, Link. Hat Collins Vater nicht eben irgendwas gebracht? Ah genau. Aber was ist das eigentlich? Los. Zeig schon. Na gut. Ah. Was? Äh. Ich sollte mal eine Kammerjäger rufen hier. Moment. Achso. Ich kann ja mit Z. Ups. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich B loslassen muss, um zu schießen. Das ist ganz verwirrend. Das ist... Weiß ich nicht warum. Ich finde das irgendwie verwirrend. Warum mache ich die Spinnen im Haus auf einmal? Was ist denn das nur? Zuh, zuh, zuh. Zuh, 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 zuh.